Da die große Menge der Landsknechte noch nicht wusste und nicht wissen sollte, was im Werke war, so mussten auf der eingeweihten Hauptleuterat die beiden Reisenden warten, bis die Dunkelheit eingebrochen war und dann geleitete sie einer von den jenen aus dem Lager. Man erzählte sich damals allgemein, Herzog Ulrich habe sich nach seiner Grafschaft Mömpelgart, die jenseits des Rheines an der Grenze von Burgund lag, geflüchtet. Und dies hatte auch so große Wahrscheinlichkeit für sich, dass Wilm es bereits als eine Tatsache angenommen hatte. Er stutzte daher, als sein Begleiter, sobald sie den äußersten Lagerposten hinter sich gelassen, nicht den Weg gen Süden, sondern geradezu die entgegengesetzte Richtung einschlug. Bis dahin hatte er mit dem Manne, der ihm bald eine gewisse Ehrfurcht, bald Misstrauen einflößte, noch kein Wort gewechselt. Irrt ihr euch auch nicht im Wege? fragte er jetzt. Verzeiht, ich weiß nicht, welchen Namen ich euch zu geben habe. Nennt mich Herr Georg oder lasst lieber das Herr fort, wenn ihr nicht ganz sicher seid, dass eure Worte bis zu keines dritten Ohren dringen. Warum meint ihr übrigens, dass ich euch in die Irre führen könnte? Weil dieser Weg, erwiderte Wilm dem sonderbaren Manne, über Pforzheim laufen, immer am Neckar entlang, gerade nach Heilbronn führt. Fürchtet nichts, wir machen einen kleinen Umweg um die genannten Städte. Ihr wollt also wirklich in jene Gegend? Riet Wilm, teils überrascht, dass er dort den Herzog suchen sollte, teils unangenehm davon betroffen, dass er wieder in die Nähe seiner Vaterstadt Heilbronn kommen würde. Der andere nickte mit dem Kopf. Und dort, meint ihr, den Herzog zu finden? Haben euch eure Vorgesetzten nicht aufgetragen, meinte jener ziemlich scharf, mir zu folgen, wohin ich euch führen würde, ohne mich mit überflüssigen Fragen zu belästigen? Wilm erinnerte sich in der Tat, dass dem so sei, konnte sich aber doch nicht enthalten, eine missmütige Bemerkung über die unhöfliche Antwort vor sich hin zu brummen. Sein Begleiter schien dies allerdings zu überhören und schritt ruhig vorwärts, ohne sich auf eine weitere Unterhaltung einzulassen. Die Nacht war schon eingebrochen und wenn sie in dieser Jahreszeit im Frühsommer und bei der günstigen Witterung auch ziemlich hell und warm war, kleine Bemerkung, es ist schnell Frühsommer geworden, wir hatten gerade mal Ostern gehabt in Tübingen. Wenn es auch schnell ziemlich hell und warm war, musste es Wilm doch eigentümlich finden, dass sein Reisegefährte immer rastlos fortschritt, ohne auch nur eine Andeutung darauf zu machen, ob und wann sie ihr Nachtquartier nehmen würden. Aber er hatte die Lust zum Fragen verloren und wollte sich nicht in den Verdacht bringen, dass er seine Neugierde nicht bezwingen könne. So ging es auch wegen, die oft gerade nicht die bequemsten waren, rasch und schweigend bis gegen Morgen fort und abgesehen davon, dass sich die körperliche Ermüdung bei ihm gelten zu machen begann, gelangte der junge Mann immer mehr zu der Meinung, dass er hier durchaus keine angenehme Rolle spiele und ein sehr lästiges Abenteuer zu bestehen haben würde. Indes ließ sich daran nichts mehr ändern und verdrießlich ging er hinter seinem Stummenführer her, der sich für eine Unterredung mit ihm beinahe zu gut zu halten schien. Als der Morgen dämmerte, konnte man in einiger Entfernung die Türme von Pforzheim erblicken. Sie gingen aber nicht darauf los, sondern der Führer wandte sich plötzlich seitwärts von der Straße ab nach einem vereinzelt liegenden Bauerngehöfte. Nachdem er dort an einen der noch verschlossenen Fensterlagen geklopft und darauf mit einer Person im Innern des Hauses einige, Willem unverständlich bleibende Reden, eine Art Losung gewechselt hatte, erhielten sie beide Einlass und fanden die bereitwilligste Aufnahme. Der Hausbesitzer war ein ältlicher, bieder aussehender Landmann, der dem Bettler wieder viel Achtung erwies, obgleich er ihn nicht beim Nahen nannte. Willem hatte aber auch nicht lange Zeit zur Beobachtung, denn ihm wurde, nachdem man kräftig und gut gefrühstückt, eine eigene Kammer mit einem vortrefflichen Bette angewiesen und sein Reisegefährte meinte nun lächeln, er könne bis zur Mittagszeit mit aller möglichen Bequemlichkeit ausruhen und für die Weiterreise stärken. Ihr seht, dass ich euch nicht zu viel zumute, setzte er hinzu. Da wir einmal nicht auf ganz offenen Wegen gehen können, was wir beide, wenn ich mich in euch nicht irre, wohlgewöhnlich vorziehen, so ist es am sichersten, sich zu unserer Reise des Deckmantels der Nacht zu bedienen. Dafür können wir mit Muße am Tage ausruhen. Übrigens werden wir nur noch eine Rast machen, bevor wir unser Ziel erreicht haben werden. Es war zum ersten Mal, dass dieser Mann so viele Worte machte und in diesen lag auch eine gewisse Freundlichkeit. Dennoch erwiderte Willem nichts darauf, zog sich in seine Kammer zurück und schlief auch wirklich bald so fest, wie es bei jugendlicher Gesundheit und einem guten Gewissen möglich war. Erst gegen Abend, als man sich noch durch ein gutes Mal gestärkt hatte, wurde die Reise wieder fortgesetzt, und zwar diesmal auf einem leichten, offenen Wagen, den der Besitzer des Bauerngehüftes selbst fuhr. Er sagte, dass er, falls man auf bündisches Kriegsvollstoßen wollte, angeben wolle, den beiden unterwegs begegnet zu sein und sie auf ihre Bitte mitgenommen zu haben. Ihr werdet dann leicht nachweisen können, dass ihr in Heilbronn zu Hause seid und vorgeben ihr kehrtet, nachdem ihr von den Landsknechten euren Abschied genommen, dahin zurück. Meinte Willems Reisegefährte wieder in jenem gebietenen Ton, den er so gut zur Hand haben zu können schien, als ob er von Jugend auf an das Befehlen gewöhnt gewesen sei. Übrigens schien er sich jetzt in besserer Laune zu befinden oder sich überhaupt zu heben, dass der junge Mann mehr Vertrauen und Freundlichkeit verdiene. Dann, trotz dessen etwas empfindlicher Einsilbigkeit, knüpfte er wieder eine Unterredung an und bewies, wenn er auch nicht seine eigenen Verhältnisse aufdeckte, doch für die Willems ziemlich lebhafte Teilnahme. Dabei hatte er eine Art zu fragen, dass man ihm fast wieder Willen antworten musste. Ihr Fuhrmann brachte sie, ohne dass ihnen unterwegs das kleinste Abenteuer zugestoßen wäre, bis in die Gegend von Laufen, wo sie wieder in ganz ähnlicher Weise wie am Tage zuvor in einer mitten im Walde gelegenen Försterei-Unterkunft fanden. Wilhelm machte hier dieselbe Bemerkung, dass seinem Genossen von dem Förster große Achtung gezollt wurde und zweifelte nun auch nicht im Mindesten mehr, dass sich aus der unscheinbaren Verkleidung ein angesehener Diener des Herzogs empuppen werde. Danach fichtete er dann auch sein eigenes Benehmen gegen diesen rätselhaften Mann ein, damit dieser auch wohl zufrieden sei. Jeden nächsten Tag brachte sie ein anderer Wagen weiter. Man passierte den Neckar und berührte selbst halbronisches Gebiet in gar nicht weiter Entfernung von dieser Stadt, wobei Wilhelm das Herz nun doch recht stürmisch klopfte. Mitten in der Nacht kam man auch über den Kocher und nun wurde die Reise zu Fuß fortgesetzt. Herr Georg, wie ihn Wilhelm jetzt ohne Bedenken nannte, meinte, man sei dem Ziele schon ganz nahe. Diesem Gegend war dem jungen Mann übrigens ganz unbekannt, obgleich sie nur einige Meilen von seiner Vaterstadt entfernt sein konnte. Und als sie im ersten Morgenraun aus dem Walde, in dem sie längere Zeit fortgewandert waren, heraustretend ein herrschaftliches Schloss vor sich erblickten, dem sein Begleiter seine Schritte zuwandte, vermochte er sich nicht zu orientieren, viel weniger den Namen dieser ritterlichen Herrschaft zu finden. Hätte er auch Lust gehabt, sich danach zu erkundigen, so kam ihm jener doch zuvor, indem er ihn fragte, ob er wisse, wo er sei, ihm aber auch keine Aufklärung gab, als er dies verneint hatte. Das Geheimnis sollte also augenscheinlich noch ferner bewahrt werden. Man langte vor der aufgezogenen Brücke an und der Mann in der Bettlerkleidung rief laut um Einlass. Nach einer kleinen Weile erschien der Torwart an seinem Auslugefenster und fragte mürrisch, wer um diese frühe Stunde vor dem Tore sei. Georg, sagte der Bettler kurz. Und zu wem wollt ihr? Zu dem Verbanden. Auch das musste eine verabredete Losung sein, denn der Wächter verschwand sogleich und schon nach zwei Minuten rasselten die Ketten der Brücke und diese senkte sich nieder. Mehrere bewaffnete Leute befanden sich unter dem Tore, hielten sich aber ehrerbietig und stumm beiseite. Nur einer, der einen höheren Rang zu bekleiden schien, unsere Leser würden in ihm den Leutnant und Schlosskommandanten des Fräuleins von Turneck wiedererkannt haben. trat auf den Bettler zu, wechselte einige leise Worte mit ihm, verbeugte sich dann tief und ging den beiden Männern voran. Er führte sie über den Schlosshof nach dem Turme, der mit der Ecke zusammen eine Gebäudemasse bildete und in dem selber eine Treppe empfohre, worauf er die Tür zu einem wohnlich eingerichteten Gemache öffnete. »Das ist mein Zimmer«, sagte er zu dem Bettler, der ohne Umstände Knotenstock und Quersack von sich warf, »und hier mögt ihr es euch mit eurem Begleiter bequem machen, gestrenge Herr, bis sich eure Ankunft, die schon mit Ungeduld erwartet worden ist, gemeldet haben.« »Schläft der Herr?«, fragte Herr Georg. »Es wäre wohl an der Zeit dazu«, antwortete der Leutnant mit einem Seufzer, »aber ich bezweifle es dennoch und meine, dass er euch je eher, desto lieber empfangen wird. Wie ihr seht, sind wir alle in voller Rüstung, weil wir euch erwartet haben.« »Nun dann geht und meldet mich an. Wenn er aber schlafen sollte, so stört ihn nicht die kurze Ruhe. Meine Mitteilung könne eine Stunde länger auf sich warten lassen.« »Ihr bringt doch nicht schlechte Nachrichten, Herr«, fragte der Leutnant betroffen. »Das verhüte Gott, wir haben schon davon genug gehabt. Ich bringe einen Abgesandten der Landsknechte mit.« Dabei deutete er auf den jungen Mann, und dieser konnte wohl bemerken, wie der Leutnant ihn neugierig, aber auch mit einer Art Geringschätzung musterte. Freilich, die Weisungen, welche ihm der lange Peter mitgegeben hatte, waren auch von der Art, dass sie dem Regimenten gerade nicht zur besonderen Ehre gereichen konnten. Und mit einigen Zagen dachte er daran, welche Rolle er wohl vor dem Herzoge zu spielen genötigt sein würde. Der Leutnant ging indessen, und Herr Georg forderte Wilhelm auf, es sich bequem zu machen und nach Belieben zu schlafen, da der Herzog ihn doch wohl erst empfangen werde, wenn er selbst ihm Bericht erstattet hätte. Um dieser Einladung folgen zu können, fühlte sich der Jüngling aber viel zu aufgeregt. Als ersterer, daher nach Verlauf von wenigen Minuten schon durch den Leutnant abgeholt wurde, trat er an das Fenster und blickte in den Schlosshof hinab, der sich um diese Zeit schon durch die bei ihren Geschäften hin- und hergehende Dienerschaft zu beleben begann. Es war in der sechsten Morgenstunde. Als ob in diesem Schlosse ein förmlicher Hofstaat gehalten würde, sah es gerade nicht aus. Und Wilhelm begriff auch leicht, dass der vertriebene und geächtete Herzog gerade in dieser Gegend, mitten unter seinen Feinden, wohl allen Grund haben möge, aufsehen zu vermeiden und sich streng versteckt zu halten. Was ihn dazu bewogen haben musste, seine Person nicht in noch größere Sicherheit zu bringen, lag auch für den auf der Hand, welcher wusste, dass er beabsichtige, die entlassenen Landsknechte in seine Dienste zu nehmen. Jedenfalls hielt er sich hier heimlich bei einem seiner getreuesten Untertanen auf. Und Wilhelm musste die Vermutung sehr nahe liegen, der Letztere, der Schlossherr, sei kein anderer als sein bisheriger Reisegefährte, der sich Herr Georg nennen ließ. Während er über diese eigentümlichen Verhältnisse, in die er selbst als eine wohl nicht ganz unbedeutende Person eintreten sollte, noch nachdachte, blieb sein Auge plötzlich an einem Manne in der Kleidung eines Dieners oder vielmehr eines waffentragenden Knappen hängen, der über den Hof langsam den Stellen zuschlenderte, als ob er an sein Tagwerk gehen wollte. Und ein lauter Ruf schreckhafter Überraschung entfuhr ihm. Er hatte diesen Menschen erst einmal in seinem Leben gesehen und noch niemals ein Wort mit ihm gewechselt. Und dennoch war ihm dessen Persönlichkeit unvergesslich geblieben, weil sich an dieselben eine Fülle von tief in sein Leben eingreifenden Erinnerungen knüpfte. Es war kein anderer als der alte Gottschalk, der Knappe des Grafen vom Strahl, der an jenem Tage, welcher für das Friedebornsche Haus so verhängnisvoll geworden war, das Pferd seines Herrn auf den Marktplatze gehalten und Wilms beinahe neidische Bewunderung wegen seiner kriegerischen Rüstung auf sich gezogen hatte. Ich bin also auf der Strahlenburg, fuhr es ihm durch den Sinn und daran knüpfte sich sogleich eine Empfindung, als müsse er diesen Ort, dessen Besitzer er ja, mehr aus einer bloßen Ahnung als aus sichtlichen Gründen, das über das Friedebornsche Haus gekommene Unglück zuschrieb, um jeden Preis fliehen. Fast gleichzeitig aber tauchte der Gedanke in ihm auf, dass er Käthchen hier wiederfinden könnte, das arme, schmählich verführte Kind, das auch, wenn es schuldig gewesen wäre, immer noch auf einen Platz in seinem Herzen Anspruch machen könnte. Man sieht, dass Wilm sich im Laufe der Zeit das rätselhafte Benehmen der Tochter seines Meisters ebenso erklärt hatte, wie der Letztere und dass er damit Graf Friedrich für einen gefährlichen Feind hielt, ohne doch wie jener zu wissen, welchen Vorwurf er ihm eigentlich machen dürfe. Die abenteuerlichsten Ideen, dass der Zufall oder eine höhere Schicksalsfügung ihn bestimmt habe, der Retter des jungen Mädchens zu werden, dass man in dieser Burg gefangen halte, kreuzten sich in seinem Hirn und schon war er im Begriff auf den Hof hinabzueilen, um den alten Gottschalk zur Rede zu stellen, als das Eintreten seines Rache-Genossen ihn aus diesen aufregenden Träumereien wieder in die Wirklichkeit zurückversetzte. Der Bettler trat jetzt ganz anders auf wie früher, obgleich er noch sein altes Kostüm trug. Er hatte die Hinfälligkeit seiner Haltung, wie Wilm sie auf dem ersten Anblick zu bemerken glaubte, sich schon während der Reise in ein kräftiges männliches Auftreten verwandelte. So kam jetzt noch ein Gepräge von Stolz und Würde, das leicht den vornehmen ritterlichen Herrn erkennen ließ. Ja, Wilm kam es selbst vor, als ob sich die Gesichtszüge des vermeintlichen Landstreichers veredelt hätten und als ob derselbe, wenn er nur eine etwas gefälligere Toilette zumachen, Zeit und Gelegenheit gefunden haben würde, sich recht gut in die Reihen der stolzesten Ritter stellen würde. Unwillkürlich suchte er in ihm das Bild des jungen Grafen von Strahl wiederzufinden, das sich damals in Halbronn tief in seine Seele geprägt, denn die Vermutung, dass sich in beiden die Person des Schlossherrn vereinigte, war ihm beinahe schon zur Überzeugung geworden. Eine solche Ähnlichkeit ließ sich aber beim besten Willen nicht entdecken, denn der Herr Georg konnte fast doppelt so alt sein als jener. Der Herr Herzog will sofort eure Botschaft vernehmen, sagte der andere hastig schon im Eintreten und hofft, dass ihr eure Bedingungen nicht unannehmbar hochstellen werdet. Ehrlichen Handel gegen ehrliches Angebot, Herr, erwiderte Wilm mit einer Kühnheit, die ihn selbst in Verwunderung setzte, als er die Worte schon ausgesprochen hatte. Sagt mir aufrichtig, ob ich mich hier auf der Strahlenwurten finde. Der andere blickte ihn eine Weile mit unverkennbarem Erstaunen an und entgegnete dann lachend. Auf der Strahlenwurk? Ihr seid wohl von Sinnen. Aber wahrhaftig, ihr könntet der Wahrheit insofern nahe kommen, als die Strahlenwurk und Schloss Turneck dem Anschein nach bald einem Herrn gehören werden. So bin ich also auf Schloss Turneck. Es ist nicht nötig, euch noch länger ein Geheimnis daraus zu machen, da der Herzog dieses Haus verlassen wird, sobald er mit euch Rücksprache genommen hat. Aber der Grab von Strahl, fragte Wilm hastig, was macht er hier? Hm, ich begreife nicht recht, woher ihr etwas von seiner Anwesenheit hier selbst wisst, da ich doch selbst soeben erst davon vernommen habe und was ihr euch weiter für diesen Herrn interessiert. Wenn es aber einmal so ist, so könnt ihr auch wissen, dass er heute seine Verlobung mit der Besitzerin dieses Schlosses, dem Fräulein Elisabeth von Turneck, feiern wird. Nun, weshalb guckt ihr mich so groß und starr an? Hättet ihr was dagegen einzuwenden? Dann sagt's meinetwegen dem Grafen von Strahl selbst. Jetzt aber habt die Güte, mich ohne zögern zu unserem gnädigen Herrn zu begleiten, der euch schon mit Ungeduld erwartet. Wilm gehorchte schweigend. Die Mitteilungen, die ihm soeben geworden, hatten seine Vermutungen vollständig über den Haufen geworfen. Unter solchen Umständen war Käthchen Friedeborn gewiss nicht auf Schloss Turneck. Und aus der so nahe bevorstehenden Verlobung des Grafen hätte man schließen können, dass er auch diesem mit seinem unerwiesenen Verdachte ein großes Unrecht getan habe.